Florian Marienfeld vom Institut Fraunhofer-Fokus hat an der Entwicklung des Portals mitgewirkt. Noch ist Open Data in der Testphase, doch zum Ende des Jahres sollen die Berliner von Deutschlands erster Datenbank die Zugang zu sämtlichen Datenbeständen der öffentlichen Handschaft profitieren. Ein Beispiel. Hier sehen wir die Startseite vom Datenportal. Hier sieht man, in was für Kategorien es schon Daten gibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Geografie und Stadtplanung reinguckt, dann tauchen halt verschiedene Datensätze dazu auf. Und die Idee ist die, dass jetzt Entwickler auf Grundlage von diesen Daten verschiedene Anwendungen umsetzen können. Ganz konkret für Berlin gibt es zum Beispiel die Wheelmap. Da können Rollstuhlfahrer sich schlau machen, welche Straßen, welche Kreuzungen, welche Einrichtungen barrierefrei sind und sozusagen für Rollstuhlfahrer auch nutzbar sind. Doch was ist das Neue, fragt sich der Bürger. Schließlich verfügt jede Behörde für sich bereits über Datenportale, zum Beispiel das Statistische Landesamt. Also in Deutschland haben sie so ein Datenportal noch nicht. Und gleichzeitig müssten sie in Berlin heute von Haus zu Haus laufen und müssten sehr komplizierte Suchen starten, um überhaupt an die interessierten Datensätze zu kommen, die in der Tat schon vielfältig zum Beispiel beim Amt für Statistik Berlin und Hamburg verfügbar sind. Aber sie müssen halt wissen, wo sie suchen. In anderen europäischen Ländern hat man mit dem Open Data Konzept bereits gute Erfahrungen gemacht. So sind in Paris zum Beispiel sämtliche Bäume der Stadt mit ihrem genauen Standort aufgelistet. Die Daten wurden für Pollenallergiker zur wichtigen Information bei der Wohnungssuche. In Los Angeles gingen die Magen-Darm-Erkrankungen zurück, nachdem Ergebnisse sogenannter Ekellisten veröffentlicht wurden. Und auf dem Berliner Portal schon abrufbar ist... Eine Fluglärmkarte, die die Taz entwickelt hat, dort können sie als möglicherweise betroffener Bürger dann auch eingeben, ihre Adresse, ihre Hausnummer und können dann erfahren, in welcher Form bin ich von Fluglärm betroffen und können dann auch mit diesen Informationen arbeiten. Im Moment sind es sieben verschiedene Datenkategorien wie Wirtschaft, Tourismus, Bildung und weitere, zu denen Daten abrufbar sind. Der Bürger soll sich aber auch aktiv in Entscheidungsprozesse einbringen, kann Fragen stellen. Dazu muss er sich allerdings anmelden. Rein in die Datenbank kommt man unter daten.berlin.de. Noch sind es aber erst wenige Apps, die eingestellt sind. Weitere Beiträge aus der Wissenschaft von Verbänden und Unternehmen sollen folgen.